Moin Moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit Lotti Kompatti, dem Digi-Gamer, mit seinem Nekro, Inanna Torres oder Tiefenwasser und mir dem Faktofy. So, wir sind eine komplette Mädels-Truppe, wenn man das Gemüse dazu zählen kann. Du hast gleich runtergezählt, Mensch. Ich habe gar nicht die Aufnahme gedrückt. Entschuldigung, wenn ich dazwischen war. Aber sonst zählst du immer runter. Das war irritierend. Das habe ich ganz vergessen. Neustart? Ne, alles gut. Okay, dann hallo nochmal. Zwei, drei, fertig. Genau, wir machen hier einfach ein bisschen Event-Farming, um an Eischerben zu kommen und hier links ist gleich was. Also aufgesattelt und ab geht's. Warte, wir können hier noch runter, den Champion killen. Geht wahrscheinlich schneller als diese Ullen Bäume zu fällen. Ich mach mal hier ein bisschen links und rechts weg. Diese Würmer, die sind ja nervig. Ich mach hier mal ein bisschen Sträucher weg. Ja. Ich mach hier mal so die Champions weg. Ja, genau. Ja, du machst das kleine Vieh. Genau. Ja, genau. Geht doch. Oh, richtig. Ja, kann man das einmal nur mit einem Charakter, hat man die alle gesammelt. Achso, du meinst die verschiedenen Champions. Ne, die Bücher. Achso. Na, ist doch ein Account. Okay, alles klar, das wollte ich wissen. Alles klar, danke. Haben wir denn schon mehr als unsere zwei Bücher oder drei, ne? Weiß ich gar nicht. Schauen wir mal. Gehen wir hier mal auf oben raus. Links ist ein bisschen Eis. Eis. Ich brauche Eis. Und da. Okay. Da oben lässt mich noch in Ruhe. Das ist gut. Dann kann ich auch wieder raushüpfen. Äh, noch nicht. Hier war doch jetzt ein Event in der Nähe. Oder ist das schon vorbei? Ah, hier können wir Verteidigungs-Event starten. Ähm. Bei mir hier unten bei dem Loch in hat schon jemand gestartet. Wo seid ihr denn? Ähm, auf der E-Scholle. Jetzt habe ich auch nur See. Da hinten. Ah ja, okay. Da Karte sieht man nun mal leider nicht, ob oben oder unten. Mhm. Ich bin schneller als ein Tentaur. Hierher! Andriff! Die Stärke des Rudels! Ah! 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 Ja, Mark. Ihr schickt noch mehr von euren Dienern. Doch euer Griff wird schwächer. Gebt auf! Ah, da hinten ist brutal. Atmebär ist schon hässlich, oder? Ja. Ja. Wir müssen diese Kotabenschreine von der Stimme des Drachen reinigen. Sonst werden ihre Seelen verloren sein. Bitte! Helft mit! Ja, Mark hat diesen Ort aufgegeben. Sondern ich schwöre seine Präsenz noch immer um uns herum. Zum Schwankenbrich. Ich bin sicher, dass ich später werde wiederkommen müssen. Natürlich wirst du wiederkommen müssen, sonst wird das ja auch alles zu einfach. So kannst du auf das Event nicht 20 Mal machen. Oben ist der Schrein, genau. Könnte man, glaube ich, hin. Weil der Hüpfpilz ist wahrscheinlich eine gute Gelegenheit. Den soll man vielleicht einfach nehmen. Ah, fast. Aber hier ist der Nächste. Ah, da ist ein Götze. Haha. Und bei dem Champ in der Nähe. Äh, etwas weiter nördlich hoch mit den Nüt-Pilzen. Und da ist dann auch ein Champ. Für den hätten wir jetzt noch eine Minute. Den Champ, oder? Ja. Ja. Dann würde ich mal probieren. Vielleicht schaffen wir es noch. Könnte vielleicht etwas knapp werden jetzt. Ich glaube, das wäre zu knapp. Dafür haben wir nicht ganz den Output. Dann fehlen uns noch zwei Leute. Ne, ne. Das ist zu spät. 20 Sekunden. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir wieder hier cheaten können. Mit Haaren. Das sah auch schon mal gut aus. Bleibende Zeit. 20 Sekunden. Ja. Wunderbar. Tägliche Reinigung. Sehr schön. So. Aber der Einfluss des Eisdrachens. ist stärker. Dann werden wir hierbleiben. Den Schrein des Vielfraßes so oft reinigen, wie wir müssen. Vielleicht gibt es ja noch Hoffnung. Wir müssen noch später wiederkommen. Hätte das gedacht. Ja. So. Jetzt können wir mal... Die Truhen hier sammelt der mal schön ein. Die großen und die mittlere und die kleine. Ne, die hätte ich vergessen. Die habe ich eben gerade eingesammelt. Oh, da bist du. Moment, ich komme zu dir. Oder probier's. Was ist da drin? Achso, dieser. Schauen wir mal, ob ich es öffnen kann. Sieht gut aus. Und ich brauche hier unbedingt wieder Beherrschungspunkte. Ja, das... Ja, ich brauche auch noch, also... Zwei Wands. Können wir gleich mal hoch... Gucken. Ah, da ist Eis. Moment. Eis wird nicht liegen gelassen. Oh, Vitrie. Und da ist Eis, da unten ist Eis, habt ihr schon? Ja. Okay, hier ist gerade nix beim See. Keine Essenzen. Etwas weiter unten scheint was zu sein. Ich bin schneller als ein Centaur. Okay. Fischer. Im großen... Beim großen See. Okay. Okay. Okay, hier muss man jetzt gerade auch nur den Fisch abliefern. Ja, wenn man das mit den Lumpen macht, das habe ich umso richtig noch nicht begriffen. Aber es kann auch sein, dass es immer ist, wenn dieses andere Event ist. Ja. Mit diesen anderen Symbolen. Was ist eigentlich so recht? Okay, Mats. Wenn ich mit vier Charakteren die Karte hier schon durchgespielt habe, immer noch nicht verstanden habe, wie es funktioniert. Das hält Menschen ja nicht auf, etwas zu machen, nur weil sie nicht verstehen, wie es funktionieren. Genau. Und man schaut, wie viele Leute im Internet sind. Das ist richtig. Oh, danke. Was hatte ich noch nicht? Was hattest du noch nicht? Hier ist ein Buch von mir. Boah, hat Inanna gezeigt. Ah, okay. Bitte die Wegmarke mal lassen. Dann würde ich gleich nochmal vorbeischauen. Äh, Inanna hat eine persönliche Wegmarke gemacht. Okay. Nach dem... Genau. Event. Event. Grauchen wir da mal hin. Wann fing das Meta immer an auf der Karte? Also jetzt hier mit Raka? Ich weiß doch bestimmt, Inanna aus dem Kopf... Ja. Aber die flüstert immer so. Ja. Ah. Und jetzt habe ich leider keinen zweiten Bildschirm und zu sehen, was geschrieben wird. Gerade Stunden. Gerade Stunden, okay. Wir haben es jetzt. 23 Uhr ist gerade... Gerade um eine Stunde verpasst. Ja. Heute kann ich noch nichts. Bom. Müsst das nicht gerade dann sonst losgegangen sein? Kann ich aber auch noch gar nicht. Man hat uns gefühlt. Man hat uns gefühlt. Und wir haben uns... Weg höher. Achso. Ja. Dann... 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 Ja, da steht da gerade. Okay. Hup. Da. Ich glaube, die habe ich schon. oben. Also ich sehe da zumindest nichts mehr. Doch, da hatte ich noch nicht. Bis begier. Zwei Stück fehlen da noch. Stille und offizielle Korrespondenz. Lanta. Fehlt mir auch noch. Also zwei. Genau. Ui. Naja. Hast du gerade gesagt. Ah, da ist nochmal Götze Jormatz. Da oben drauf. Wo? Äh. Hier bei mir. Ich bin etwas weiter rechts. Ähm. Da, wo Ilana ist. Also das habe ich... Den habe ich schon. Okay. So, hier rechts runter ist irgendwas. Ja. Hier oben auf meinem Plateau ist eine Nordentruhe. Hm. Ich bin jetzt wahrscheinlich schon zu weit unten. Ah. Hier haben wir etwas... Jormak Jünger töten. Na dann. Tun wir das. Genau. Machen wir das, was wir am besten machen. Uns töten das. Ach. Kurzverzahlen. Oh Gott. Ja. Ja. Angriff. Ich fühle mich gut. Zeit echten Schaden anzurichten. Bin schneller als ein Centaurer. Wo? Da kann das großartiges Werk darf nicht unterbrochen werden. Was ja auch Marken gibt, werden wir schon bald selbst besitzen. die stimme des johmach zum steigen zu bringen Jo. Wird mal. So. Gucken wir mal weiter. Rechts scheint wieder was zu sein. Ist wahrscheinlich das Q-Event. Jo. Hm. Dann werde ich zum Ochsen. Ja komm noch den einen. Und getroffen werden. Nicht mich umhauen. Ich muss jetzt stehen bleiben. Ich glaube. Ich glaube ihr habt es geschafft. Ochsen ist zufrieden mit unserer Arbeit. Aber es wird nicht so bleiben. Dunkelheit wird diesen Ort bald wieder übernehmen. So. Jetzt kommen wir nochmal wieder links. Beobachten. Und abwarten. Ich werde an eurer Seite bleiben. Solange dieser Strahl geläutert ist. Machen unsere Leute sicher. Bedrohende Scherbe. Ja es hat bei mir auch gedauert. Entweder. Ja. Ja. Schmerz für Schmerz, Zeit echten Schaden anzurichten. Die Starke des Bodels. Die Starke des Bodels. Die Starke des Bodels. Das ist wieder der Schrein. Gehen wir mal ein bisschen runter. Da gibt es dann bestimmt noch mal. So gucken. Ah, aber da erstmal einen kleinen Cut. Bis denn Leute. Ciao, ciao. Ciao.